Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, warum die Ukraine mit so vielen Milliarden Euro unterstützt wird, auch militärisch? Und das passiert ja nicht aus reiner Menschenliebe, sondern weil Interessen der NATO berührt werden und das bedeutet, dass man Angst hat vor Russland. Also weil, wenn die Ukraine fällt, dann werden die nächsten Staaten dran sein, zum Beispiel das Baltikum oder Polen. Und im russischen Propagandafernsehen hat man ja entsprechende Videobotschaften schon gesehen, wo auch anderen Staaten gedroht wird mit einer Invasion. Aus diesen Gründen hat ja Joe Biden diese Militärhilfe von 61 Milliarden Euro für die Ukraine unterzeichnet, weil es halt im Interesse der NATO ist, dass sie nicht in einem neuen militärischen Konflikt direkt mit Russland verwickelt wird. Denn solange die Ukraine kämpft, solange muss die NATO sich nicht mit Putin herumschlagen. Viele denken ja, dass Putin die NATO garantiert nicht angreifen wird. Genauso haben ja viele auch gesagt vor der Invasion der Ukraine, dass Putin garantiert da nicht das Land angreifen wird. Und dann hat er es doch am 24. Februar 2022 getan. Und wenn Putin merkt, dass wir schwach sind, dann wird er die Situation ausnutzen. Und wenn wir nicht genug Waffen liefern, dann wird Putin immer mehr Raum in der Ukraine erobern, bis er das Land irgendwann erobert hat. Und dann weiß er ja, die NATO ist schwach und dann wird er die nächsten Länder dort angreifen, weil er ja merkt, dass wir nicht genug Waffen produzieren, wir nicht genug Munition produzieren, was ja immer noch der Fall ist. Und das wird dann einen großen Krieg mit Russland geben und dann gucken wir ganz schön blöd in die Röhre. Ja, und dann will ich immer gerne wissen, was dann diese Friedensaktivisten sagen. Wollen sie sich dann ergeben, um von russischen Soldaten richtig vergewaltigt zu werden? Ich bin mal gespannt, ob sie dann doch nicht lieber ein Gewehr holen, um sich gegen Russen zu wehren. Ich denke, dass viele immer noch sehr naiv sind, was Russland angeht. Und wenn man entsprechende Telegram-Videos sieht, wie brutal der Krieg ist, dann kann man auf jeden Fall jede Naivität verlieren. Und wird sich dann auch bewusst, was auf uns zukommen könnte. Und davor muss man auf jeden Fall die Menschen hier warnen. Wir müssen die Ukraine weiterhin militärisch und humanitär unterstützen, damit sie sich gegen die Russen wehren können, damit wir nicht in den Krieg reingezogen werden. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ich habe jetzt viele auch überzeugt davon. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche eine gute Nacht. Ciao, ciao.